Wer mit dem Auto aktuell nach Wiesbaden reinfährt, kommt an ihnen nicht vorbei. Den riesigen Wahlplakaten der SPD. Im Landtag stellte Hessens Generalsekretärin Nancy Faeser jetzt die Schwerpunktthemen für die Kommunalwahl 2016 vor. Dazu zählen unter anderem mehr Investitionen in Kinderbetreuung, Bildung und Wohnraum, auch in den Ballungsräumen. Dazu kommt das allumfassende Thema Integration. Eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur zusammen zu bewältigen sei. Daher lautet das Übermotto Hessen zusammenhalten. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass es dieser Tage unheimlich wichtig ist, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Deswegen stellen wir Hessen Zusammenhalten in den Vordergrund unseres Wahlkampfes. Wir wollen das ausfüllen, vor allen Dingen mit einer Entlastung für die Familien. Wir wollen Gebühren Frauikitas in ganz Hessen zur Verfügung stellen für die Eltern. Wir wollen auch die Menschen entlasten, wenn sie zu pflegende Angehörige haben. Wir wollen die kommunale Ebene, vor allen Dingen finanziell, die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, weil sie haben die meiste Leistung im Moment, die Gesellschaft zusammenzuhalten, weil es entscheidet sich nur vor Ort. Im Mittelpunkt des Kommunalwahlkampfes aller Parteien steht natürlich die Frage, wie geht es in der Flüchtlingspolitik weiter. In diesem Punkt bekräftigte die CDU erst kürzlich wieder ihre Geschlossenheit. Solange es gehe, müsse eine europäische Lösung angestrebt werden, so Landeschef Volker Bouffier. Außerdem müsse eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen erreicht werden. Die Hessen-SPD hatte schon vor einiger Zeit klargemacht, dass sie die Landesregierung bei ihrem politischen Kurs unterstütze. Dazu kommt, der Zusammenhalt der demokratischen Parteien scheint jetzt wichtiger denn je. Jüngsten Umfragen zufolge könnte die AfD bei den nächsten Landtagswahlen drittstärkste Kraft werden. Ein ernstzunehmendes Signal für die Kommunalwahl. Ich wünsche mir, dass die demokratischen Parteien dort zusammenhalten, dass sie auch darauf hinweisen, dass da im Moment Parteien unterwegs sind, die sehr einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen haben. Und dass das nicht die Lösung ist, das führt nicht zu einem Mehr an Handlungsfähigkeit des Staates. Ein weiterer politischer Akzent, die Stärkung der Kommunen. Dazu zählten, nach Ansicht der Sozialdemokraten, gebührenfreie Kitas ebenso wie bezahlbarer Wohnraum. Mit der Einigung zur Flüchtlingspolitik habe man in den Verhandlungen mit der Landesregierung bereits 50 Millionen Euro für 6.000 Sozialwohnungen durchsetzen können, so die Hessen-SPD. Ob der Wähler die sozialdemokratischen Akzente überhaupt wahrnimmt, wird sich am 6. März zeigen.